Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte Kein Plan zu haben war schon immer der Beste Was machst du heute noch immer? Du hast Interesse Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte Kein Plan zu haben war schon immer der Beste Was machst du heute noch? Du hast Interesse Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen Die schönsten Tage waren schon immer die Nächte Kein Plan zu haben war schon immer der Beste Was machst du heute noch? Du hast Interesse Lass mal was machen, was wir nie mehr vergessen Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020